Die Plastik-Frei-Woche ist gestartet. Für mich schon gestern Abend, da habe ich nämlich mein Badezimmer zum Beispiel ausgeräumt. Und da ist jetzt nichts mehr drin. Jetzt brauche ich alles neu. Ich brauche ein Shampoo, ich brauche vor allem Deo. Und das kaufe ich heute alles ein und da bin ich schon ganz gespannt, was es gibt. Ihr habt mir ganz viele Tipps geschickt heute. Das war echt super. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, wo ich Kaffee kriege, was ich bei Taschentüchern kaufen kann. Und alles das habt ihr geschickt über Facebook und Instagram und da schickt gerne weiter Tipps. Hi, ich habe gerade mein Badezimmer ausgeräumt. Es klingt ziemlich hallig hier, weil alles, was ich vorher besessen habe, jetzt gerade hier in dieser Kiste ist. Das ist nämlich alles aus Plastik. Und auf Plastik werde ich ja ab sofort verzichten. Mega wichtiges Thema. Ihr habt mir ganz viele Tipps und Tricks geschickt, aber ihr habt auch geschrieben, dass ihr das selbst schon lange macht. Worauf ihr achtet, zum Beispiel in einem Stoffbeutel zum Einkaufen mitnehmen, anstatt eine Plastiktüte zu benutzen und so. Also von daher, das Thema trifft irgendwie so einen Nerv und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt in dieser Woche. Also eigentlich bin ich ganz guter Dinge, dass das heute gut klappt. Und ich glaube, wenn ich einmal alles eingekauft habe und weiß, was so die Tipps und Tricks sind, dann wird das Routine. Dann wird es eigentlich ganz einfach, hoffe ich zumindest. Ich bin mal gespannt, was ich heute bekomme und was vielleicht auch nicht.